malzeit freunde willkommen zurück bei fortnight und den aufträgen von woche 9 dieses mal pflanze oder beschwöre ein realitätssatzling in mindestens 30 meter entfernung das heißt wir besorgen uns einfach einen realitätsartkorn rennen am besten auf einem möglichst hohen hügel hoch und schmeißen das ding so weit wie es geht weg von uns und wenn wir glück haben springt das ding tatsächlich noch ein bisschen weiter weiß irgendwie an der gewünschten stelle gerade nicht wachsen kann dann noch ein bisschen plus punkte also ein paar meter plus aber wenn man das ding von einem berg runterwerfen weiß ja nicht beispielsweise jetzt können wir stehen hier oben und schmeißen das ding hier runter das sind auf jeden fall easygoing 30 meter aber natürlich zeigt euch jetzt noch wie das ganze aussehen muss so freund ich habe jetzt hier meine saatkapsel in der hand 30 meter bis dahin kommt von hier und das waren tatsächlich 30 meter in diesem sinne fall ich runter würde ich sagen ihr wisst bescheid macht's gut bis zum nächsten mal